Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farbig Simp 2013 Oh mein Gott Ist es nicht schön? Hey, ich hab meinen Flug verloren Hört man echt genug super an Vor allem hört man bei mir gerade nur Gockel und so Die, die keine Eier gelegt haben Tracksflicher Das geht man gar nicht Und Pflüge, Pflüge, Pflüge Das Dingens hier und so Mal gucken was bei dir abgeht Pflügen halten Ich muss das mal an... Wie kann man eine andere Sicht machen? C C Hier ist aber auch was vergessen Ich weiß, der Dinger tut nicht richtig für den Scheiß Pflug Wir brauchen einen großen Äh... Ist das nicht schon einer der nächsten größeren? Ne, das ist der Anfang, ne? Ja, das ist der Anfangsflug Ähm... Wollten wir einen der nächsten Flüge kaufen? Ja Haben wir noch nicht gekauft? Nein Warum nicht? Warum nicht? Weil wir kein Geld haben Ah, die haben 22.000 Von was? Von Verkaufen oder den ganzen Schrott? Ähm... Mal gucken Mal gucken Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Bank hoch Ey, warum legt das? Ouh... Pflüge... Okay, wir haben nicht genug Geld. Er hat doch gewusst, irgendwas war mit Geld. Und uns fehlt ungefähr 5000. 5000? Ja. What the fuck? Und pflügt, pflügt, pflügt den Acker. Mit eingeschaltetem Licht. Mit Licht. Da ist das Licht eingeschaltet. Egal. Weißt du, ich sehe nichts, weißt du? Ja. Ich könnte ja auf ein neues probieren, irgendwas verkaufen zu gehen. Das wäre doch eine UG-Idee, oder? Ja. Wie ging das nochmal mit dem PDA aufrufen? Echt, das war das. Ne, das war der Chat. V. Flug hinuntersetzen. B. Den Flugflug drehen. Weil wir dann irre über der Acker fahren. Yay. Und wieder der Pflug verlieren. Komm her, Pflug. Weißt du, was es ankotzt? Dass der Mond gleich immer automatisch hochgeht. Ja. Ja. So. Flug hoch. Flug drehen. ist ja eh bald wieder nach ich habe schon vorsichtshalberst lichter was gehen wir denn verkaufen das war der schleichgang nummer 4 ich glaube ja ja wenn man so wo krieg ich denn hier am meisten an der Mühle was für eine Mühle nie wieder fahr ich zu dem ich hab immer noch keine Ahnung jetzt scheint der Zeit wo man Pause gemacht hinkommen ja ich fahr sie zum Hafen weißt wo der Hafen ist? links oben schätze ich einfach mal da wo es Wasser ist in den Fahnen sind kann man sich nie genau sicher sein das können auch Mittel drin sein bei Hafen ich mein wer weiß das schon so genau lalalala flügen macht Spaß nicht ich bin ja dafür dass es irgendeinen Modder gibt der für den Euro Truck Simulator ich habe da noch ein Multiplay schon wenigstens dass man sich gegenseitig zuwinkt wenn man der gleiche mit fahren kann oder so und jetzt schmeißen wir wieder den Traktor um das ist so geil weil der Pflug einfach zu schwer ist und dann wird es schön wieder einparken und dann wieder den Pflug raus holen das Geile daran ist einfach dass ich da in den Euro Truck Simulator gewöhnt bin von der Steuerung was? ich bin den Euro Truck Simulator gerade vor der Steuerung gewöhnt und denk so what the fuck warum fahren die Dinger so komisch hier ach ist ja immer wieder schön zackern lalalala oh mein gott ich bin gleich beim Hafen oh mein gott verfahrt dich nicht ne oh mein gott da ist der Hafen oh mein gott nein das ist nur ein Haus ein random Haus ah shit weißt du was der Vorteil von der Nacht ist? ich sehe die Tastatur nicht ja ich mach mal die Geschwindigkeitserhöhung von der Uhrzeit raus die Geschwindigkeitserhöhung? ja du kannst auch vorspulen die Zeit war sie noch drin oder wie? ja ja wahrscheinlich habe ich es hier reingemacht und ich geguckt habe ich mein PDA offen ja 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 auskippen cool nein nette kohle kohle ja ja jetzt lass mich erstmal ja jetzt lass mich erstmal um vier okay um ich müsste sowieso gleich soweit sein flügen ist ein gut feeling gleich muss nochmal drüber welches Feld gehört uns nochmal? das ist links nebendran glaub 16 muss das sein ah ja stimmt's ja ich hoffe einfach mal dass ich jetzt hier runter komme oder auch hoch komme je nachdem wo runter komme ja ich bin hier bei irgendeiner anderen Abgabestelle das ist bestimmt ein Hafen beim Zug Ding bin ich gerade Bahnhof ja kann man da auch abgeben? ja da kann man auch abgeben aber da kriegt man gar nix dafür ne? keine ahne ich muss jetzt hier nur irgendwie den Berg hoch kommen hey sollst nicht der Rasen zacken und sollst der Acker zacken noo und lass mal so brim 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 warum drücke ich immer V weil es in der Nähe von C ist hallo du bist du rum classker schön was fahren rrrrein und hast es leert gemacht ja glücklicherweise 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 und was machst du heute machst du? was machst du heute machst du? Pflügt, pflügt, pflügt das Ackerchen. Oh, jetzt fühl dich. Ja, es wird doch langsam was. Langsam, aber sicher. Ah, nur langsam. Hallo. Wie viele Minuten haben wir noch? Drei. Ja, dann schaffe ich es noch. Bin komplett zum Flügel. So. Soll ich schon mal bei dir das Ding da düngen? Da, wo du gerade noch fliegst. Oh, kannst du eigentlich. Bäh, voll ins Gesicht. Tütttüttü. Das ist das gute Fenie-Zeug. Ey, wundern mich nicht, wenn ich nachher Pickel in der Fresse hab. Schmerzen. So, was wollen wir denn als nächstes sehen? Also, das Einzige, was ich jetzt gerade sehe, ist ein Pflügt-Acker. So, ah, 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 ah. Jetzt machen wir erst mal Grübchen rein, bevor wir irgendwas machen. Steven. Ähm. Wie wär's mit Gras? Koffer und kommt aussehen auf das wenig Sinn also das was am meisten Profit gibt das ist dieses komische zweigmäßige Dinge um Kratzer 4 wenn nicht es ist zu spät ich hab es schon aufgefüllt mit Weizen ne mit diesem komisch aussehen krass ne ne krass krass ist es nicht auf keinen Fall der wäre mir schon krass überleg mal ganz scharf schluss 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 das war jetzt keine Anspielung okay schluss ne so jetzt will ich das blaue Teil wo da mitten auf dem Hof steht juhu um ich sehe schon wir haben keine Zeit dafür ich sehe schon wir haben keine Zeit dafür schluss selten n das macht wenig Sinn wenn die Pflüten hatten so ein Zeitsicht machen er die Pflüten in die Kälte ist es nicht mehr umschmeißen n n wird ja ich fahre ich muss es auch zu sehen hierher haben zwei Striche gemacht rechtlich die Stiftung auch wenn ich krieg's noch hin die Stiftung sehr schön ich möchte aber ich habe noch Spond nicht dran ganz locker und lässig rückwärts ja so bis zunächst mal tschüss